I remember you You lift my spirit With you high is all I'm feeling Remember how we birthed a life I remember you Schiforti schießt Oh Lucci mach jetzt vernünftig Du ich seh nichts Ja lauf gerade aus, ja lauf so, lauf so Oh der war knapp, du hättest fast getroffen Ja ja du hast ihn Fußtreffer, Fußtreffer, der ist down Jetzt hat der durch leider War aber knapp Der war genau vor dein Nass Guck mal war knapp Welche Jugend spielst du René? Jugend? Ja Junge ich bin 30 Ich schick dir nachher safe mal ein Penisbild von mir, dann weißt du wie ein Pilz aussieht Sekunden Wo ist Bordmann? Wo ist Bordmann? Keine Ahnung Draußen Ich seh gar nicht mehrwie wo Monier ist Bordmann Junge aber Gruf Cash Taktik das war Taktik behindert an Leben Warum redest du denn nicht? Weil bei mir kleine Kinder stürmen Playstation Die klauen meine Sachen. Arsch, hinter dir, pass auf. Good going, Demi. Hey, ich hab mich selber wiederbelebt. Hey. Die sind schon drin, Alter. Ab rein. Ja, das war jetzt nicht so klug hier. Ja, ist egal. Was? Was? Wie? Die können mich gar nicht sehen. Und blöd. Bisschen blöd, sehr gut. Und nochmal blöd. Und nochmal blöd. Und nochmal blöd. Was macht ihr? Was macht ihr? Guck mal, Elia. Guck mal, Elia. Boah, die 10 Punkte. Ey, Lukas. Rechts, Lukas. Typisch L-Armin, Alter. WTF, und dann spielt die Thunderbird. Dann spielt die Thunderbird. Können wir darüber reden? Name vorbei am Ziel. Name vorbei am Ziel. Fetter Wichser. Renne, deine Mutter ist hier. Renne, deine Mutter ist hier. Komm, 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 komm. Was? Yalla. Geh weg, Lukas. Fenster, Lukas, Fenster hier. Live. Schön. Ja. Katäuschka. Katäuschka, Vodka. Katäuschka, Vodka. Katäuschka, Vodka. Katäuschka, Vodka. Katäuschka. Vodka Katäuschka. Möglich forましょう. Pille Mene, Pille Mene. Pille Mene. Vodka 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 Vodka. Gartor. Das ist das mitdeutschste Vodka was gibt. Kartoffel Jetzt zieh doch n' raus Schön Ja ihr seid am Arsch Das will ich dir schon Flips Superbade krieg ich schon Ja Du hast Rook Du hast Rook Ja Was los Großer gönne ne Vita Welt Alter Und rein da Messer den Wo ist der Nein Ich hab den weggemessen Bei Lukas Unordnung ist ja auch kein Platz für ein Bett Was für Unordnung Wir müssen halt Pokemon Karten sortieren du Wichser Alter Was ist los mit dir Puh du Wichser Unordnung Alter Der wo Mama das Zimmer aufrollen weißt du Ja wahrscheinlich Wacht mich schon seit 3 Monaten nicht mehr Ey warum brennt hier denn Hatscher links 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 Gut Ey die Bombe hat funktioniert oder Ja Starkes T-Bang wieder mal Hatscher 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 Kann der doch noch ändern oder nicht Lied In Verteidigungsmöglichkeit Nicht in Verteidigung Kann man nur Angreifer ändern Ja Wärter sonst viel zu stark Alter Hatscher Hatscher Wie soll das gehen Nimmst du erst Bandit machst du schnell 4 Bandit 5 Nimmst du dann nach Mutes machst du 5 Mutes hin Ja Nachtnote Ja nice Lukas Kann einer kä- Kann einer käms machen Schön Lukas Ist jetzt die gute Runde vorbei Oh wieder wird geteabackt ihr Pisser alter Ich verstehs nicht Elia warum hast du das schon nicht so Ich hab grad gefragt aber ich dachte nicht Immer dieses geteaback Elia Nimm Ruhe Alles gut Mäuschen Ja Kann dein Hund reden Hallo Aber der Du würdest auch sehr gut Ist doch nicht Goofy Also einer hat definitiv im Raum Einer hat definitiv im Raum ja Was Haben die Gegner keine C4-5 Nee Vor allem C4-5 Was haben C4-5 Alter das ist doch kein Schiffe versenken alter Aber 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 Arsch ja warum schießt er auf mein C4-Handy Ich hab gedacht das ist von gegen Ey einer bitte schwere Sprengbarte mitnehmen dann machen wir die Garage auf Was ist die Fähre für frisch Mann Wechsel Wir sind fertig Nee wir sind grad in der letzten Runde 2-2 Was tu Ups Ey Asch hat mir gesagt, er ist halt zu schicken. Nein, Beweis. Beweis? Der kann vier deutsche Wörter und damit bringt er dich irgendwas zu machen. GG. Nee, ich spiel den ja auch nicht. Er sieht aus wie so ein Iron Man. Er sieht aus Power Ranger Reich. Der sieht Pokémon. Der sieht Pokémon. Der sieht ihn nur. Ach, Elia. Jetzt haben wir seine Schutzwesten nicht mal. Egal, ich bleib hier. Ich hab gefurzt. Ich hab gefurzt. Nein. Ach, Mann. Ach, ey. Hier war er. Shit. Aaaaaaah. Genau. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Aaaaaah. Hier, der von der ist von der Algonie. Ah, ist ja, da waren schon Gegner. Aaaaaah. Hey, ich weiß. Aaaaaah. 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 Das war knapp, Adler. Das war knapp, Adler. Aaaaaah. Idiya, du bist ein Wichse. Ach nee, war Michi. Michi, du bist ein Wichse. Michi, du bist ein Wuch. Michi, du bist ein Huch. bin ich ehrlich ich würde es halt auch machen ja warum nicht wenn du 15 mal am abend fährst oder so alleine zehnmal davon eine cola mitnehmen ich würde ein paar pommes nicken vom kunden ganz ehrlich ich würde mir da eine halbe pizza rein ich würde ab und zu immer auf die maio wichsen du musst jetzt so stehen bleiben marokko ist doch cool das land das ist ein großer jetzt kommt schon wieder eine kack map alter aber hast du ein teilvorteil was habe ich warum muss ich das gewehr also was arscher ist echt überraschend schade drei von zwei je afg jetzt gerade ich schieße im dachmann drauf Ich hatte übrigens noch ein C4-Handy. Ja, das hätte alle Probleme von vorne eingelöst. Du warst eh nicht der Richtige. Deutschland! Hallo? Wollen wir uns gucken? Michi, ich hab links was in der Hand und rechts was in der Hand. Welchen möchtest du? Links. Rechts hat er den Schwanz und links hat er... Auf meine Eier. Lucas, 0 Kills, kannst du darüber reden? Du hast jetzt acht Runden 0 Kills. Willst du jetzt einen Kommentar haben? Ah, ja, ja. Heile die Fresse, lutsch mir einer Λっ Wichsr, da je... Komm! Bei dir warum schnaufst du so, Alter? Ich schnaufe doch nicht. Der hat grad voll geschnauft. Danke, Lukas! Der Kill wurde trotzdem dir... Ist der Controller auf kaputt? Wann ist das für ein Kampf, Alter? Rein da! What the fuck, Alter? Das sieht aus, als würde ich an der Stange tratzen. Sieht man mich? Ja, ich... Das ist immer noch unrealistisch, dass auf der Notseite vom Turm Sonne ist. Was, wenn das Foto zur Mittagszeit gemacht wird, wo die Sonne oben steht? Ja, dann muss... 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 9 9 8 10 10 100 45 45 45 45 46 45 Da scheiß ich drauf, wie die Stunden wir schon spielen 11 Stunden, die piss ich Junge, hier ist Gaskammer, hier spielt einer Smoke Hier spielt einer Smoke Der saugt dich heute Nacht auf die Tore aus Hast du wirklich gedacht, ich spiel 15, du? Was, bist du Bienen da? Sag ich doch, vor sieben Jahren hast du noch in die Hose geschissen Das war netze Woche 13 Stunden bei Mok Wie früher, Alter Wir sind richtig harte Ficker Mischchen ist der erste, der schlafen geht, wie früher Wie früher Wenn der Mischchen am Leben ist 50-50, du oder Mischchen? Ich bin Clash E-A-I-D Ich bin Clash Und schnell He-A-I-D Woher nimmt der hier? He-A-I-D 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 schönes Ding hab ganz schön viele Tabibidabra guck mal ja, guck mal ehrlich, seinen Kopf hab ich gekriegt der war schön warum kann man so weit runtergucken? konnte ich auch grad nicht hm? weil der Arsch ja kein Rückgrat hat ja schnisch in dir abschießt alle da also, tut mir leid vieles im Leben, aber dass ich den nicht getroffen hab, kannst du... du nimmst einen Techa der sagt, wir brauchen Techa und nimm selber Techa, hm? Hey, keiner hatte Schloch. Wieder ein Klim. Du kannst noch nicht schwenken und zwei Sekunden später schießen. Wie soll deine Frostfader sein, wenn die keine Frost hatten? Drei Operator sind nicht entdeckt. Kannst du jetzt hell sehen oder was? Ja, guck. Das ist eine Frost. Ja. Wir brauchen Fallen Operator und zum Zumachen. Ne, nur zum zumachen. Carrera. Uff. Ja, das ist ja der beste Operator, um irgendwie Fallen zu setzen oder um zuzumachen, Alter. Leck mich an. Der auch. Doch mich an. Was auch? Wo bist du? Halt die Fresse, sonst schieß ich dir ins Gesicht. Renn nicht weg, guck mal, ich bin Doc. Ich schieß dir ins Gesicht, hau ab jetzt. Mach, mach. Okay. Wir machen wirklich alle. Der liegt doch. Der liegt doch. Alter. Hier fehlt nur ne Wand. Alter, bin ich so wie verarscht, Lucas. Ah! Nein, das hab ich gemacht. Kielin. Du weißt, dass... Kielin. Der ist auch im Prinzip. Junge, ich bin einfach im Modus, Junge. Da ist noch einer. Asche, geh weg. Wie? Äh. Ehh. 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 einmal möchte versuchen er hat sich gerade mit dem ältesten trägt der welt verarscht alter seit wann gehen die so kaputt so hier bitte nicht verstärken hier nicht verstärken da wo gepinkt ist ich brauche dir mit der pumpe ich könnte da was auch machen wenn du möchtest mich ja cool dann gibt es mir deckung war schon hart an der grenze ich habe mir nicht mehr sicher dass unsere sprache wir sind doch fünf bundesland deutschland Untertitelung des ZDF, 2020